15 Loväu Sehr gut. Ganz präzise gespielt von Angebeur. Sehr gut. 3,5 das und der Rotor und Vicky völlig egal, aber nächster Fehler, das ist keine Gutze, nicht alltäglich, das Gutes Niveau, was für eine Vorhand von Guts 2,0 Das ist einfach gut zu Fuß, haben Mons gespielt Wow Und das ist einfach clever gespielt Der ist zu lange und damit steht Und Anse Burt zum ersten Mal in ihrer Karriere im Viertelfinale der US Open Sie hat in den entscheidenden Phasen die Wien Und das ist einfach gut zu sehen 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 Danke